ja herzlich willkommen zu einem neuen part von let's play mit obja ja im letzten part sind wir auf diesen hamburger gestoßen und jetzt ja hauen wir rein auf geht's auf die gurken auf die schurken heute mal behaupten hamburger so Sandwich und Hamburger, zwei Sterne. Na, das war ja eine schöne Überraschung. Der leckere Bürger hätte fast uns verputzt. Ach, ich hätte mir gar nicht erst so große Hoffnungen machen sollen. Naja, die Sache ist vergessen. Hier hast du ein kleines Dankeschön für deine Hilfe. Tausend Gold? Mhm. Ähm, übrigens, hast du schon mal vom dunkleren First Link gehört? Ach, oder? Naja, über den hört man nur allerlei Gerüchte. Aber ich hab nie richtig hingehört. Tut mir leid. Du hast die Quest von Rexfury abgeschlossen. Wie traurig ich hier so gucke. Ihr schaut嗎? Tut mir leid. Das war's für heute. Ja, wieder auch so weit gereist. Dieser Hamburger, was ein schreckliches Monster. Aber irgendwie sah es auch lecker aus. Stimmt, warum haben wir es nicht? Ich hab' auf Quicker so... Spaß. Musikalischer Magier Mario. Mario ist nicht nur ein Doktor, sondern auch Magier. Gut zu wissen. Ach ja, und Kleppner ist ja Mario auch noch. Kann ich dir helfen? Der dunklere First Link, muss man den kennen? Hm, Moment mal, da klingelt doch was. Ich glaube, mein Freund Kitte erwähnte diesen Namen mal. Er ist gerade im Wolkenheim. Soll ich dir den Weg zeigen? Besuchen wir meinen... Besuchen wir meinen Freund. Sein aktueller Aufenthaltsort ist Wolkenheim. Du hast die Quest von morgen angenommen. Sehr gut. Sollten wir dann aufbrechen? Das heißt also Wolkenheim. Mhm. Wolkenheim. Laufen wir einfach gerade auf Wolken? Schau Gott, wir stehen auf Wolken. Also dein Zuhause. Wie flauschig sie sind. Ja. Und eigentlich unmöglich. Flauschiger geht es gar nicht. Na gut, kennt sich aus. Yay. Hippie. Wolkenstadt aus Star Wars Episode 5. Robolt. Wow. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020